Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skyrim, yay! Ähm, wir reisen von Sartal aus in die Zwergenruine und ich muss jetzt schon wieder niesen. Sehr gut. So. Und von Sartal aus begeben wir uns dorthin. Kämpfen aber erstmal gegen die Säbelzahn-T-Glines. Au. Au, ihr macht ja überhaupt kein Damage mehr. Hä? So. Ach, das gefällt mir. Mit neuer Rüstung. Und einhändig verstärkt, ziehen wir los. Ach ja, Leute, das gefällt mir. So. Nicht wahr? Wofür können wir denn eigentlich mitnehmen? 439. Das ist halt auch gut. So. Und dann werden wir jetzt gucken. Was ist das für ein Zeichen? Dieser Berg. Das sieht komisch aus. Sieht sehr komisch aus. Sonderbar. Sehr sonderbar. So. Was ist da los? Hier scheinen mir ein paar Leute leicht erfroren zu sein. Ah, ich muss über die Seite rein. Okay. Alles klar. Bevor ich da irgendwo runterfalle. Das ist so eine Funktion, die mir abgeht, springen zu skillen, wie bei Oblivion. Na, das war immer ganz gut. Das springen zu skillen. Eisruine. Ui, schön. So, ich probiere jetzt, ja, ein bisschen den Nahkampf aus. Achso, ich dachte, das wäre gerade eine Falle. Also, ich möchte jetzt ein bisschen den Nahkampf ausprobieren. Jetzt mit neuer Rüstung. Wo ist das? Ich weiß, dass ihr es für euch haben wollt. Tschüsser. Ihr wollt es lieber ganz von der Liga haben. Okay, hier sind Diebe. Und Banditen sind hier. Okay. Diebe und Banditen. Br-di-di-di-di. Übrigens, die nächsten paar Level werde ich nicht weiter in Kampf rein skillen, sondern in Verzauberungskunst. Um... Um... Was sind Falschüksnotizen interessieren mich nicht? Ähm... Ähm... Um einfach... Was? Nein! 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 Fee! Ah! Mein Gott! Und eventuell, ganz kurz, erdrosseln, raus und Feuerblitz dafür rein. Dass wir mal wieder hier unseren Knüppel ein bisschen aufladen. Oh, die Truhe. Oh, die Truhe. Nein! Oh, nein! Okay, ich komme hier wieder raus. Speichern. Hmm... Hm, 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 hm. Dann müssen wir mal wieder speichern. Was? Wer ist das, Bruder? Und wann ist da jemand? Ja! Ja! Das wird euch eine Lehre sein. Ich bin mir nicht sicher, ja? Ob ich jetzt nicht gerade einen Fehler gemacht habe. Den ich ihn gut gekillt habe. Aber nun gut. Kann ja mal passieren. Wir speichern. Deswegen. So. Zack. 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 Zwergenbolzen. Dafür Zwergenöl. Zwergenbolzen. Zack. Speichern. Speichern. Das ist der Scheiß. Das ist eine Schmiede. Zack. Zack. Ich glaube, ich mache wirklich... ...mehr Schaden. Zack. 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 Zwergenöl. ... 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 Wenn sie wieder angriffsgeil ist oder so. Ja, wow. Ich weiß jetzt... Gott. Ja, gut. Wir gehen weiter nach unten. Alter, da kriege ich schon ganz schön Schaden. Nein! Alter, ist das tief! Nun gut. Nehmen wir uns hier wieder alles mit. Ah! Zoom. Das wird euch eine Lehre sein. Echt. Gleich zieh ich wieder. Die Dinger sind halt echt gefährlich. So. Bumm. Bumm. Bei meiner Waffe hätte ich ganz gerne... Ähm. Etwas mit dem ich... Ich werde jetzt hier speichern. Da. Woher seid ihr gekommen? Bumm. Bumm. Eben Erzpunkt der Stürme. Blitzschaden und halbzucht Magikerschaden. Die macht... 50. Macht aber noch 30 Schaden mehr. Benutzen wir den dabei mal. Alles klar. Ich hätte doch da müssen. Ja. Nun gut. Zu wissen. Ja. 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 Dann machen wir hier wieder so eine leichte Stealth Mission draus. Okay. Ich sehe hier keinen. Auf die Mikuru. Dumm. 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 Kudu. Ach Gott. Wegen ihr werde ich nochmal richtig hart. Schatz. So. Ich glaube ich mache tatsächlich mehr Schaden mit dem da. Aber sie geht mir zurück auf. Ja. So. Okay. Ich hack mich da jetzt einfach nur noch durch, okay? Ich weiß nicht genau... Ja, was weiß ich, wer da ist. Das ist ein Skewer, ein Falmer. Irgendwas habe ich von dem Falmer schon wieder mitgenommen. Irgendwas mit F. Egal, wir speichern mal schnell. Das ist noch ganz schön tief. Und wir müssen da, glaube ich, ganz nach unten und dann nochmal ein Stück weiter runter. So, wenn der mich jetzt trifft... Okay. Und speichern und Tür auf. Hallihallo! Eins. Zwei. So. Was mich hier runter... Ah! Zack! So. Und weiter geht's. Okay. Zack! Zack! Nakon hier! Okay. Reichern. Gehen wir erstmal nach oben. Um das zu stellen, dann ist es nix. Ich lasse jetzt die Taste nicht los. Okay. Schattenmeister. Vielleicht die Rüstung hat sich verbessert. Wir nehmen mal ganz kurz einen Zaubertrank. Dann komm her. So. Da ist noch einer. So. Ich glaube, wir haben noch nie... den... den Gänzreng-Skilled, oder? Oh, guck mal, ein Weibchen. Ist das ein Weibchen? Schon, gell? Ja. So. Ich war gerade ein bisschen verwundert. Ich dachte, von euch gibt es keine Weibchen. So. Oder... Menschenfleisch. So halt im Spiegel zu sehen. Warum? Wurdest du... erschossen? Okay. Hier geht es weiter nach unten. Was ist denn auf der anderen Seite? Was ist denn hier? Das Eisrugine... Das war nur ein Shortcut. Das war nur ein Shortcut. Das war nur ein Shortcut. Gut. Es wird mich nicht... die Bohnen. Denn so tief sind wir ja eigentlich noch gar nicht drin. Nur was mich verwundert ist, warum hier Tote rumliegen. Was nicht mir verwundert ist... Das hat sich erledigt. So. Shit. Jetzt habe ich... neue Rüstung. Ähm. Alter, aber... irgendwie weniger ausgefühlt. So. Also mir kommt so vor, als bin ich schwäch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum mir das so vorkommt, aber... Es fühlt sich halt schon so an, als wäre ich schwächer. Vom Rüstungswert her. Oh, ich bin halt einfach im Nahkampf nicht so gut, dass ich einfach wieder auf meinen Bogen gehen soll. Äh... Arvac. Nochmal Arvac. Er war Arvac. Er war Arvac. So. Ich bin halt mit uns im Weisenhaus. Passt. Da sind Fallen. Inheran. Woher ist er gekommen? Aha, für die Musst das Gewetzte da... Das ist ein Schleicher mit Pfeil und Bogen. Ah. Da hat sich gerade was bewegt. Ich habe mich getäuscht. So, wo müssen wir da hin jetzt? Okay. Das sind Drohnen. Truhen! Yeah! Gut. Gut. Oh, guck mal an. Riesige Frostbustspinne. Ausgewichten! Zack! So gut. Okay. Aber ich würde sagen, ja. Wir enden hier mal die Folge. Woher seid ihr gekommen? Ah. Okay. Gut. Rätrische Pfeile. Aufzugsschlüssel. Gut. Ich würde sagen, jetzt finden wir die Folge im Erzpfeil. Geil! Scheiß! Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü relief h€€€€€! Bis zum nächsten Mal.